Ich bin die ganze Zeit beschäftigt. I'm busy all the time. Dieser Junge ist intelligent. That boy is intelligent. Hör auf, oder ich schieße. Stop, oder ich schieße. Bist du glücklich in deinem Haus? Are you happy in your house? Tom kann so gut fahren wie sein Bruder. Tom kann so gut fahren wie sein Bruder. Wann ist die Schule vorbei? Sie braucht ihn mehr, als er sie braucht. Sie braucht ihn mehr, als er sie braucht. Du hättest eine halbe Stunde früher gehen sollen. You should have left half an hour earlier. Lass uns nicht ins Detail gehen. Sie ist weit entfernt mit ihm. Sie ist weit entfernt mit ihm. Er erhielt heute Morgen ein paar Briefe. Er erhielt heute Morgen ein paar Briefe. Er erhielt heute Morgen ein paar Briefe. Er kann sehr schnell schwimmen. Er kann sehr schnell schwimmen. Er hat ein großes Haus und zwei Autos. Wie ist der Verkehrsunfall passiert? Ich kann sagen, dass es so ist, wie er spricht. I can tell it's him by the way he speaks. Ich will eine Gitarre. I want a guitar. Ich kaufte zwei Hosenpaare. I bought two pairs of trousers. Ist der Fisch noch am Leben? Is the fish still alive? Tom hat mir einen Stift gegeben. Tom gave me a pen. Das klingt sehr verlockend. Das klingt sehr verlockend. Ich habe eine gute Idee. I've got a good idea. Ich fragte mich, warum die Leute mich anstarten. Ich fragte mich, warum die Leute mich anstarten haben. Wenn Eis schmilzt, wird es Wasser. Wenn Eis melts, wird es Wasser. Er ist über Kopf in der Liebe mit Maria. He's head over heels in love with Mary. Kommt diese Kappe zu dir? Does this cap belong to you? Würden Sie bitte das Fenster schließen? Would you please close that window? Maria hilft ihrer Mutter. Mary is helping her mother. Ihr Auto ist zwei Jahre alt. Möchtest du tanzen? Would you like to dance? Tom wurde zum Lob ausgesprochen. Tom was singled out for praise. Ich habe die Prüfung bestanden und auch Tom. I passed the exam and so did Tom. Kennen Sie jemanden, da bei der Arbeit summt? Do you know anyone who hums while they work? Er schlug den Kopf auf das Regal. Ich möchte einen Computer. Ich möchte einen Computer. Sie sagte mir, ich soll nicht allein hingehen. Sie sagte mir, ich soll nicht alleine hingehen. She told me not to go there alone. Henry will dich sehen. Henry wants to see you. Tom hat mich enttäuscht. Tom disappointed me. Ich brauche keine Erklärung. I don't need an explanation. Bob ist mein Freund. Bob is my friend. Sie sagte ihm einen Witz. She told him a joke. Es ist uns egal, was er tut. We don't care what he does. Sie begrüßte ihn fröhlich, wie sie es immer tat. She greeted him cheerfully, as she always did. Er hing ein Bild an die Wand. He hung a picture on the wall. Weißt du, wo Jim und Nanki sind? Do you know where Jim and Nancy are? Wir müssen ein Zimmer für unsere Party mieten. We need to rent a room for our party. Wie unterscheidet sich Ihre Meinung von ihm? Sie war bereit, ihm sein ganzes Geld zurückzugeben. Der Sohn meiner Schwester, Jimmy, ist mein Lieblingsneffe. Der Sohn meiner Schwester, Jimmy, ist mein Lieblingsneffe. Im letzten Jahr gab es viel Schnee. There was a lot of snow last year. Er liebt sie. He is in love with her. Wir sind alle auf die Party gegangen, außer ... We all went to the party except Joe. Lass mich das sehen. Let me see that. Ich sehe deinen Punkt nicht. I don't see your point. Wir haben gerade zwei Wochen auseinander verbracht. We've just spent two weeks apart. Hände hoch. Put your hands up. Sie reichte ihm den Schlüssel. She handed him the key. Ich stimmte ihr zu. I agreed with her. Wir gehen, wenn es aufhört zu regnen. We'll go when it quits raining. Welches Wörterbuch hast du verstanden? Which dictionary did you refer to? Sie riet ihm, nicht zu rauchen. She advised him not to smoke. Das hätte ich nicht tun sollen. Es tut mir leid. Ich bin gut auf Japanisch. Ich bin gut auf Japanisch. Wir sind ein Eber. We're a married couple. Sie zog ihren Mantel an und ging hinaus. She put on her coat and went out. Ich hätte gern eine Quittung. I'd like a receipt, please. Ich stehe normalerweise um acht auf. I usually get up at eight. Wo werden wir uns treffen? Where will we meet? Maria studiert in ihrem Zimmer. Mary is studying in her room. Es stellte sich heraus, dass ich recht hatte. It turned out that I was right. Bist du bereit, deine Reise zu beginnen? Are you ready to start your journey? All right. Untertitelung des ZDF für funk, 2017